gude und herzlich willkommen zum nächsten video von meinem cyclone facebreaker impale guide from zero to hero wir sind immer noch nicht ganz bei hero aber wir haben jetzt auch nicht mehr ganz zero wir haben jetzt um das erste große upgrade video mit den wichtigsten upgrades und da werde ich euch ganz kurz erklären was haben wir jetzt neu gemacht warum haben wir es gemacht und wo solltet ihr definitiv euren fokus drauf legen fangen wir direkt mal an mit fokus was was erwartet euch ungefähr ist das erste also sind alle upgrades so auf den bildstand jetzt so um die 20 ex gewesen vielleicht auch nur 15 je nachdem halt wie die preislage momentan ist aber das ist halt leider bei impales so und der größte grund warum das bei impales so ist ist nämlich euer erstes upgrade was ihr ganz 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 wichtig und dringend braucht und zwar das watchers eye vor allem nachdem der champion ja genervt wurde der champion hatte ja vorher auf seiner ascendancy dass die impale zwei additional hits lasten und jetzt ist es nur noch auf eins runter gesetzt worden da haben wir natürlich unseren ersten nerf deswegen ist es umso wichtiger dass wir es eben so schnell wie möglich ist watchers eye bekommen um die additional impales zu bekommen weil das ist das was unseren schaden macht in dem bild das heißt sobald ihr geld habt das ist euer erstes upgrade was ihr machen müsst und leider ist der preis ja ein bisschen höher also 9x am anfang der liga könnte das ganz am anfang vielleicht ein bisschen weniger dann könnte es ein bisschen mehr werden jetzt sind wir so mittelding bis ende aber es ist halt immer noch eines der teuersten watchers eyes und impales ist halt ist halt cool deswegen ist es halt leider teuer aber das ist wirklich das wichtigste upgrade was ihr machen müsst alle upgrades die danach kommen sind auch wichtig aber werden euren schaden nicht so immens boosten wie wie das hier da ist wirklich der der mega punkt im damage drin was es gibt an upgrades was habe ich ansonsten noch abgegradet facebreaker gar nicht mehr haben wir immer noch die plus eins um den um die budget variante in and lighten 4 zu bekommen weil das ist halt die einfachste variante gürtel ist auch immer noch einfach ein gelber resi live bisschen armor denkt dran ihr habt armor und evasion weil ihr eure evasion auch convertet hier unten mit allen reflexes das heißt wir sind full armor und haben gar keine evasion mehr deswegen ist und doppel craft quasi doppel gutes quasi wie 400 armoren boots sind auch immer noch die alten nix geändert ich habe weiß nicht ob ich den im ersten video schon hatte ein doppelt herald of purity ring mit increased buff effekt und increased fist damage sehr sehr guter damage boost und ich kann es mir momentan auch erlauben von den resis her dann habe ich hier das schild gewechselt schade dass es halt nicht mehr cannot be frozen jetzt auf dem schild ist aber ich habe eben ein bisschen part of building gespielt und das decken von dem level für herald of beauty ist einfach nicht mehr so effektiv und das neue habinger schild ja die geupgradete version das ist ja die geupgradete version aus dem aus der infused beat chat map ist einfach ein bisschen besser und wir bekommen dadurch diesen habinger den ihr dann beschwören könnt und der dann neben euch rum rennt was bringt dieser habinger der habinger bringt euch weil ihr channellt seht ihr hier den immortal will buff den kriegt ihr alle vier also ihr kriegt den für vier sekunden mit einem cooldown von acht sekunden also ihr habt vier sekunden dann vier sekunden nicht dann habt ihr ihn wieder vier sekunden und der bringt uns dann immunität an effektet bei curses less damage taken und ich glaube noch irgendwas war dabei genau element immunität ja ist auch noch dabei also ihr habt alle vier sekunden stein immun amens immun kurs immun und das ist halt einfach eine mega sache plus zusätzlich da ist live drauf da ist all da ist guter block drauf und es ist increased channeling damage drauf der jetzt hier auch so medium gerollt das habe ich noch gar nicht die weint und auch noch nicht gemacht wir könnten hier könnten wir natürlich dann für eine corruption gehen aber ich denke dass eine gute corruption dann vielleicht auch ein bisschen teurer sein wird zum beispiel hatten mit einem mit einem plus eins auf socketed games oder so irgendwas weiß ich noch nicht der entleiten hier ist nur zum leveln könnte sein weiß ich aber ob sich das lohnt sehen wir dann in den nächsten folgen wie viel damit wir dann auch rauskitzeln könnten aus dem schild vielleicht gibt es aber auch ein anderes schild was vielleicht ein bisschen besser ist dann kommen wir zum amulett wir haben jetzt alle augen an die wir brauchen dazu brauchen wir aber das pride amulett da auch ich bin einfach hingegangen hat ein pride amulett gekauft und probiert ein bisschen mit habe es was ich selbst hatte rum zu kraften ihr seht da ist sieben live drauf also das gar nichts hat mich ein ex gekostet ich habe geguckt jedes item nicht über ein ex also natürlich auch das watch das war ein bisschen schwer aber ansonsten habe ich probiert die items alle bei einem ex habe ich mir so dass so helfe ein ex jeden items lot upgraden sieht okay aus sieht okay aus also hier auf jeden fall braucht ihr die bright mana reservation wenn ihr dann die bright mana reservation die weint auf 25 prozent und dann die live mana katalisten drauf macht kommt ihr da auf 30 prozent und könnt dann sehr wahrscheinlich den plus eins droppen beziehungsweise hier halt den plus vier sowieso offen dann plus drei droppen und habe dann noch ein bisschen besseres mana handling aber das seht ihr dann auch in den nächsten folgen weil das ist dann halt doch schon ein bisschen höheres investment weil alleine die katalysatoren kosten ich glaube zwischen drei und fünf chaos stück und da kommen 20 drauf ne und dann haben wir alleine schon fast ein ex nur für katalysatoren hier drauf deswegen dachte ich nicht mehr dass das noch in den medium budget reinfällt gut kommen wir zum nächsten zum einfachen ich habe den helm gewechselt habe jetzt leider nicht mehr den focus craft drauf finde ich ein bisschen unschön weil ich jetzt wieder alles selbst drücken muss habe dadurch jetzt auch enduring cry rausgenommen und habe jetzt mode und stell auf der linken maustaste wenn ich es brauche und habe dann an sensual protector war mode und stellt banner und platt rage die ich dann alle selbst aktivieren den golem der stirbt sowieso da werde ich mal gucken vielleicht auf den chaos golem wechseln oder gar kein gole mehr mit reinnehmen aber wenn ihr ihn braucht könnt ihr ihn eben am anfang macht ihr dann einfach eine aura aus wechselt drüber auf den golem wartet bis ihr mana habt beschwert den golem und dann habt ihr wenigstens einmal den golem dabei wenn er dann halt stirbt dann ist er halt leider tot aber das können wir leider nicht ändern aber ich habe den helm geupgradet und zwar die halt wie gesagt so ein cyclone helm einfach cyclone helm enchant fertig ist okay wenigstens damage increase aber wenn jetzt auf nearby enemy take 9 prozent increase physical damage helm gewechselt so wie der helm aussieht ist es ganz klar nicht ein ex aber es gibt einen ganz ganz einfachen trick wie ihr den super super cheap selbst machen könnt ich habe jetzt für den helm ausgegeben 1,7 ex glaube ich also auch ein ticken mehr aber war eben einfach das problem ich wollte den harvest craft schnell haben ich hätte vielleicht auch einen verein ex gefunden wenn ich ein bisschen länger gesucht hätte aber ich zeige euch wie ihr den helm super schnell einfach machen könnt und zwar springen wir dazu auf meine lieblingsseite graft of exile.com wir haben hier den helm ausgewählt mit einer elder influence weil der mod den wir suchen ist dieser hier nearby enemies take increase physical damage und das ist ein elder mod ja und der ist super einfach zu kriegen ja weil wir können drauf gucken der hat ein physical tag und wenn wir uns alle anderen mods angucken sehen wir okay wir haben hier reflect mit physical tag und wir haben added fist damage to spells brauchen wir beides nicht und außerdem das sind prefix aber interessieren uns die auch eigentlich gar nicht weil wir suchen ein suffix mit physical und es gibt keinen anderen suffix mit einem physical tag das heißt wenn wir augment physical machen und haben einen open suffix keinen open prefix nur einen open suffix treffen wir zu 100 prozent diesen mod easy peasy also was machen wir wir gehen auf die trade seite hätte ich eigentlich auch vorbereiten können aber habe es jetzt vergessen wir suchen nach einem elder item wir suchen nach einem open suffix und zwar brauchen wir genau einen und dann suchen wir ein item mit live wir suchen ein item mit elemental resistances sagen jetzt mal 70 live und 60 ele resi da wir halt natürlich sehr hohes armors gelten gehen wir halt auch ein dass es wenigstens aber sein soll dass wir keine energy shield basis bekommen gehen auf suchen und genau haben wieder vergessen helm einzugeben helm und suchen uns dann ein item und dann sehen wir 5 chaos 10 chaos 20 chaos das einzige worauf wir achten müssen dass drei prefixe drauf sind der hier würde natürlich auch gehen aber müssten wir erst vorher noch einen prefix kraften wie zum beispiel hybrid live einfach hybrid live kraften mit armor und und live und dann hingehen auch mit physical und ihr bekommt garantiert den nearby enemies haben take increase physical damage mod bekommt ihr garantiert dazu und dann habt ihr für den helm 10 chaos ausgegeben für den kraft 1,5 x und wenn wir dann ganz kurz mal reingucken wenn wir jetzt nur resi live und den nearby auswählen sind wir dann schon bei 3 bis 6 x was der helm wert ist viel geld gespart schnell gemacht einfach gemacht jeden zu empfehlen natürlich könnt ihr jetzt auch hier wie ihr bei mir seht ich habe minion damage noch drauf den könnt ihr leider nicht empfehlen nicht entfernen aber ich empfehle euch die trotzdem zu behalten für die späteren projekte oder ihr könnt natürlich verkaufen wenn ihr das geld braucht weil im späteren projekt werden wir natürlich auch mit maven orbs dann weiter arbeiten wo wir dann auch zwei influence modifier drauf brauchen gut soviel zum helm kommen wir zur brust jup wir haben jetzt eine doppel influence brust mit explot weil ich finde das ist sehr wichtig bei dem bild weil wir haben natürlich kein kein herald of ice screen clear oder sonst irgendwas mit dem wir halt fett klären können dicke packs also brauchen wir ein bisschen explot vor allem da wir auch increase physical damage scale wird ja auch die expo von dem von der expo chest ein bisschen gescaled da würde ich auch definitiv sagen das ist euer zweites upgrade ganz klar nach dem watchers eye geht hinten holt euch die explot chest hier sind wir natürlich jetzt auch wieder über ein max aber jetzt auch nicht so viel weil ihr braucht eigentlich nur ein awakener ob das war es weil die brust solltet ihr als base schon haben und dann braucht ihr einfach nur eine enemy skill explode brust darauf achten bitte dass ihr eine brust kauft mit keinem anderen mod bzw dass ihr sie eben kleert was jetzt durch die einführung von harvest sehr einfach ist und zwar wenn ihr sucht nach enemies kill explode müssen wir mal kurz schauen auf das können wir noch eingeben dürfte der mod hier sein und dann schauen wir danach nach einer brust weil ihr habt ja die base das heißt ihr braucht jetzt auch keine gute brust mehr und da sehen wir hier hätten wir zum beispiel eine für 50 chaos problem ist das intelligenz drauf und da ist dieser mod drauf gucken wir mal weiter hier hätten wir ein drauf und der hier ist relativ einfach zu klären für 50 chaos alles was ihr machen müsst ist remove defense für den energy shield weg und remove lightning für den physical weg dann habt ihr nur noch einen crusader mod drauf diesen explot und den könnt ihr dann hier ist nochmal aufgelistet den den minus 15 mana und den explot die beiden mods müssen auf einem item alleine sein als influence modifier und die könnt ihr dann mit einem awaken orb zusammenschmeißen und kriegt dann wenn ihr glück habt so eine brust ich habe noch prozent stärke drauf bekommen ist jetzt nicht so der wahnsinn aber kann man auch wieder damit arbeiten für später für maven orb können wir dann noch vielleicht da ein bisschen was schöneres machen normalerweise macht man den maven orb davor aber da ich jetzt die die budget schritte durchgehen wollte fällt das natürlich weg ja und das war es auch eigentlich schon der andere ring immer noch gleich geblieben live resis und und fürs damage drauf ganz kurz zu den stats ich bin anbar bei 10k armor mit ungefähr 45 prozent fürs damage reduction im fight werde ich gebufft auf 25.000 armo glaube ich kommen somit mit 85 prozent fürs damage reduction waren dass ich habe mehr als genügend resis momentan ja also wirklich way way too much aber das wird natürlich später noch immer immer weniger wenn wir dann überall nur noch krasse gute stats drauf haben wird sich das noch ein bisschen minimieren das kommt auf jeden fall noch dazu und als letztes was ich euch da noch mitgeben wollte wir haben die ascendancy ganz knapp gewechselt und zwar nicht mehr auf inspirational sondern dann doch auf unstoppable hero einfach um wir bekommen ein bisschen weniger damage also dann halt einfach dann immun sobald wir den ersten gegner mit unserem cyclone gehittet haben weil wir ja mit cyclone fortify haben wir permanent wenn wir hitten natürlich auch permanent fortify das ganz wichtig zwei kleinen tipps die ich euch noch mit auf den weg geben wollte weil diese mir gestern ein paar mal passiert es gibt ein med modifier den wollt ihr nicht laufen ja also natürlich ist es reflect physical aber es gibt noch einen quasi den nicht laufen wollt und zwar monsters cannot be taunted warum aus diesem grund weil unsere zwei ascendancy punkte hier auf der rechten seite gehen komplett auf taunt ja wir haben hier den effekt dass wir 100 prozent taunten sobald wir hitten und taunted enemies geben also machen uns weniger schaden und erleiden mehr schaden zusätzlich können taunted enemies nicht ausweichen das heißt wir haben 100 prozent hitrate gegen taunted enemies und das ist sehr sehr wichtig wenn ihr enemies nicht mehr taunten könnt habt ihr auch keine 100 prozent hit chance ihr bekommt mehr schaden ihr macht weniger schaden achtet bitte auf den mod das könnte im also gerade bei bei höheren maps oder so oder im delirium oder so ist der ein bisschen rippie und kann euch mal das leben kosten was habe ich jetzt mit dem char schon alles gemacht also ich habe gerade eben eine t16 mit 20 prozent 30 prozent delirium und beyond gemacht lief wunderbar ich habe mit dem wave 20 simulacrum schon gemacht also mit dem könnt ihr alles im endgame bereich machen sehr wahrscheinlich auch cirrus nur es dauert halt noch ein bisschen länger weil wir halt eben noch nicht so dass die jetzt ausgefeilt haben und auch noch nicht so den hohen damage haben wir haben jetzt aber erstmal unseren grund layer an defense unseren grund layer an offens und darauf bauen wir jetzt auf und das ist auch das was es dann in den nächsten folgen geben wird ja erzählt mal habt ihr den bild jetzt schon nachgebaut oder wollt ihr noch irgendetwas habt ihr noch irgendwelche crazy ideen gerade was im maven orb angeht weil ich bin noch gar nicht zu den boots gekommen wollen was machen wir bei den boots weil die boot mods sind eigentlich immer cast also nicht cast von krit aber halt gain on krit aber wir haben halt keine krits was machen wir da ich habe da echt noch gar keine ideen und noch gar nicht reingeguckt wenn ihr irgendeine idee habt schreibt es mal ohne in die kommentare würde mich definitiv interessieren was wir mit den boots machen weil ich weiß es bis jetzt noch nicht aber werden wir dann die kommende woche sehen ich bedankehren mich fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da ihr könnt auch jeden tag auf twitch vorbeischauen da findet ihr mich auch unter twitch.tv slash vicious619 und bis dahin ich wünsche euch noch einen schönen Gude tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss Untertitelung des ZDF, 2020